Sag das doch! Mann, wie viele Pfeile habt ihr noch? Egal, da hat Chicken mehr Spaß. Was? Was stand da gerade? Scheußlichkeit? Ich habe irgendwas mit Kuchen gelesen. Chicken ist verwirrt. Okay! Jetzt geht das wieder los, oder was? Ist ja nicht so, als würde ich mir in Morrovin Sachen einbilden. Wie zum Beispiel einen Klippenläuter für einen Reptain halten. Eine Birne. Und ihr seid auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ja, schön für euch. Bogen der Stille. Wäre nicht noch eine? Da bist du. Wir reden über irgendwas, was mir eigentlich total egal sein kann. Er ist immer noch in Alarmbereitschaft. Oh, wo ist Chicken? Wo ist Chicken? Ich will sie abknallen. Was? Sekunde. Du musst das Messer... Dings wegpacken, ne? Ist dir schon klar? Keine Bugs! Gib Bugs keine Chance! Deswegen werde ich dich jetzt abknallen. Von hier oben aus. Aus traditionsgemäßiger Sicht. Ab auf den Scheiterhauf mit dir. Komm, gehen wir runter. Lauf doch nicht weg! Was immer es war, jetzt ist es weg. Ja. Wieso weg? Ich bin hier vorne. Ich bin hier vorne. Immer noch. Wow. Ich bin ein Meisterschütze. Jetzt habe ich getroffen. Aber hey, die Hängebrücke zu töten, das muss auch einer mal schaffen. Nehmung widerstehen. Nehmung widerstehen. Brauche ich nicht. Ich bin ein Vampir. Aber danke der Nachfrage. Wow. Wie viele Pfeile denn noch? Das ist ja ein Pfeilparadies. Also wenn ihr Pfeile braucht, kommt hier her. Natürlich müsst ihr euch vorhin noch das Eddon kaufen. Das Plugin, besser gesagt. Weil mit der einen Jahresedition, bla bla bla, wie auch immer sie heißt, ist es ja nicht dabei. Nur die Hauptquest. Von den beiden Addons. Was irgendwie total schwachsinnig ist. Tja. Bäsch. Wo geht's da hin? Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal hier noch alles erkunden. Und ich habe irgendwie erst die ganze Zeit einen Ohrwurm. Ja, woanders wo liegt. Sind noch irgendwelche Leute unterwegs? Ja, da unten. Sollt ihr mich vielleicht mal heilen? Was haben wir hier denn? Gefängnis. Chicken will aber nicht in den Knast. Doch Chicken, du musst in den Knast. Du warst ganz böse. Okay. Chicken geht in den Knast. Eine Person sehe ich ja schon mal. Aber... Ja, Folter. Folter Instrumente. Das Bild malt sich in meinem Kopf. Und es ist nicht schön. Handschellen. Gefängniswärtsbrief. Ja. Gefängniswärtsbrief. Und er schläft, um die Zelle abzusuchen. Und bei Nereva macht euch daran, die zweite Zelle zu bauen. Ich will diesen Meuchelmörder erst hinrichten, wenn wir herausgefunden haben, wen er ermorden sollte. Und Sardova braucht eine Zelle, um die Arbeiter einzusperren, wenn sie aus der Reihe tanzen. Kommandant Adrethi. Hm. Ein Meuchelmörder? Wurde ein dunkler Bruder hier gefangen gehalten? Obwohl, er sprach von einem Dings. Erlass. Das heißt... Morag-Tong-Assasside! Und wir wissen ja, wie die Morag-Tong zu der dunklen Bruderschaft stehen. Ja, das ist die Frage. Soll ich dich jetzt befreien oder töten? Wenn wir ihn töten, kriegen wir halt seine Rüstung. Aber brauche ich die wirklich? Mal gucken. Letztliche Verzauberung hast du eigentlich schon. Wenn ich so drüber nachdenke. Ey, und komm, wir sind dunkle Bruderschaft, ne? Er ist Morag-Tong. Was haben wir denn so? Morag-Tong-Bai-Schienen. Bilder! Das ist immer was ganz Schönes. Ja... Festige Schnelligkeit! Uh, Schicklichkeit! Herkönliche Waffen widerstehen! Magie! Sicherheit! Glück! Schütze! Leben entdecken! Schleichen! Akrobatik! Ring der Schatten! Schmutziger Mordbefehl! Wen will, wolltest du denn töten? Schmutziger Mordbefehl! Wo ist ja... Wo ist ja... Da! Kommandant Telani Adrethi in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Tradition und Praxis der Morag-Tong-Gilde ist die oben erwähnte Person zur ehrenhaften Hinrichtung freigegeben. Der Träger dieses nicht anfechtbaren Dokumentes hat die offizielle sanktionierte Lizenz, die oben erwähnte Person zu töten. Jetzt darf ich ihn töten, ohne dass die Leute mir was anhaben können. Aber gucken wir uns hier erstmal weiter um. Was haben wir denn noch so? Rekrutenkaserne. Ja, Rekrutenkaserne. Gibt es hier Kuchen? Kuchen, Kuchen, Kuchen! Schicken wir Kuchen, 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 Kuchen! Kuchen! Ist das Kuchen? Kein Kuchen! Achso. Ich dachte, das Bild ist jetzt mit Tinten fast gemeint. Aber das Bild kann ich nicht hervorziehen, bis Kuchen wollte doch das Bild angucken. Dann geht es nach oben aufs Dach. Das ist so still hier. Zu still. Und ich sehe da eine Flasche glitzern. Sie sagt Chicken. Nimm mich mit! Nimm mich mit! Woher kennst du meinen Namen? Sirodilischer Brandwein! Alles klar. Sanguin, was willst du wieder von mir? Soll ich irgendeine Party mal wieder aufpäppeln? Anscheinend ja schon. Das ist so leer hier! Und wieso liegt der Typ da tot herum? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist er auch irgendwie gestorben durch Chicken, ohne dass sie es gemerkt hat. Aber das ist ihr total egal gerade. Einfach die ganzen tausend Pfeile mitnehmen. Bla 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 bla. Genügend Feder. Zauber habe ich ja. Ja. Und zur Not habe ich ja noch... Was für eine Hose trau ich eigentlich gerade? Sieben Verteidigung. Tombeinschirn. Auch sieben. Das ist praktisch. Und sie erhöht. Meine Tragfähigkeit. Und meine Schnelligkeit! Das ist das Beste von allen. Jetzt ist Chicken unbesiegbar. Kantine! Essen! Chicken hat Hunger. Eigentlich nicht. Chicken hat vorhin schon gegessen. Ist noch jemand? Nö, nur du. Stirb selber! Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die... Was hast du gesagt? Markierentzug. Zauberabsorption. Oh, da fällt mir was ein. Nee, aber das war Reflexion mit dem Bug. Später. Oder zu... Später mehr. Fackel, fackel, fackel. Dann wollen wir mal nicht lange rumfackeln. Lauch. Warte. Sekunde. Was macht das in einer Kantine? Malen die jetzt ihre Lebensmittel an, oder wie? Ja, Ostern! Hier gibt es keine Quame-Eier-Chicken. Kein Ostern? Kein Ostern. Och, Menno! Chicken! Wir haben erstmal... Ne? In... Keine Ahnung wie vielen Tagen... Halloween. Ein bisschen weniger als zwei Wochen. Irgendwas unter zwei Wochen. Ja, das ist Halloween. Das ist Halloween. Halloween, 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 Halloween! Deswegen hören wir Weihnachtsdiener in diesen Livestreams. Hm? Scheiß auf Halloween! Weiß! Popcorn! Popcorn-Essen! Ich hab schon lange kein Popcorn mehr. Und Zuckerwatte! Und Hammer! Den Hammer total Hammer findet. Ja, ich find ihn auch Hammer. Juhu! 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 Ach, herje. So viel zu erkunden. Da bin ich doch niemals rechtzeitig in diese Aufnahme-Session fertig. Ich sehe schon, komm, ich muss die nächste Aufnahme-Session für dieses Add-on-Plugin auch noch mit einbeziehen. Wir müssten jetzt bei der Donnerstag-Folge oder so sein. Hehehe. Oh, Chicken. Oder ich nehme aus Versehen ein bisschen länger auf zu sechs Folgen. Privater Dachboden. Ich will wissen, was da drin ist. Muss erfahren, was da drin ist. Okay. Wie geht's? Okay. 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 Dann können wir jetzt noch mal wieder hinzufügen. Okay. Okay. Okay.